ok jetzt habe ich es endlich hier drauf dann hier so glaube ich ja das gut aus mit sprint hier drüber so hopp hüpfenator alles klar brechstange russ und hier kommt jetzt ne heck quat die 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 genügt jetzt lade daten komm komm schon außergewöhnlich lange da muss was besonderes sein da muss etwas ganz besonderes sein nämlich ein headcrap oder hier auch nicht vielleicht hier gehen wir hier runter schon nee ich glaube nicht ich möchte erstmal hier lang und hier so hier geht schon wieder nach unten ich möchte erst mal gar nicht nach unten unten ist immer doof hier ist nämlich was ist das ja das finde ich erledigt mal lieber von vornherein den da auch ich muss da jetzt bestimmt lang so wie ich das spiel kennen und hier runter so jetzt können wir hier getrost lang gehen ohne von etwas angegriffen zu werden ist das nicht wunderbärchen klärchen wunderbärchen ist hier noch was nö oder hinten ist energy und hier so ein ding alles klar ich muss wahrscheinlich hier ins wasser und auf die andere seite irgendwie nehme ich jetzt mal an indem ich hier lang gehe ich werde irgendwie dran gedrückt salate hier ist ja gar nicht irgendwas drückt mich hier ran ich auf die andere seite oder muss ich tauchen boah hör mal ob wir tauchen ich hasse tauchen ehrlich jedes spiel wo man tauchen muss das ist absolut fail ich muss irgendwie hier hoch oder so aber das wird nichts muss ich denn jetzt lang mal trick benutzen ob der klappt schade ich bin fast drauf gekommen da ist eine leiter ist ja auch gut so geht es natürlich auch ohne damage zu kriegen wo steht hier rum ich bin schon ein bisschen länger tot ich rieche es ich rieche dann auf das schiff ok das fiege ich hier ziemlich creepy aus ok haben wir das auch geschafft so ein endloses gänge suchen hier irgendwie und ich mag keine kanalisation das ist so ziemlich mein Albtraum wenn ich mal irgendwie in der apokalypse bin bitte nicht durch den wasserkanal habe ich absolut keinen bock drauf oh ne keine hüpfeinlage jetzt bitte nicht ich habe jetzt gar keinen bock drauf ich bin noch nicht super mario eh was ist hier los wenn ich hier lang oder was hier geht es nicht lang wo fängt es denn hier an hier irgendwo erst mal speichern so dann los ja fail numero uno ich und hüpfen das ist so ne welt die verträgt sich nicht ja komm hier jetzt genug gekaspert wackeln die dinge auch noch ja sehr komm ich da direkt drüber komm schon baby give it to me und nein oh boah geil eh direkt nochmal speichern und weiter geht's boah ich und hüpfen ey ich bin nicht so die feinmotoriker nichts alles alles klar so gehen wir hier hier rein du drecksviech kriegst mich kein zweites mal so nämlich okay okay hey haben wir hier nicht schon mal boah was ist das denn Bomberman ein Fahrstuhl bitte nach oben nach oben bitte geht er nach oben geht er nach oben lade daten dieser Fahrstuhl fährt nach oben ding 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 erster stock unterwäsche ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd Ja, genug dann jetzt auch mit Datenladen, ne? Ich möchte jetzt weiterspielen, bitte. Okay, Action! Oh, Munitionsverschwendung. Sorry. Äh, hallo? Bürokomplex. Ja, kommt zu mir. Okay, das soll man ja sagen, lauf nicht dorthin durch. Hallo? Hallo? Wer ist da? Es ist mir, Mario. Hä? Dippert. Mach doch mal die Tür auf! Äh, ja. So. Hm. Ich muss wohl doch hier durch, irgendwie. Warum? Aber wie soll ich das schaffen? Kann ich da drüberspringen? Sorry. Aber ich muss speichern. Das geht überhaupt nicht. Äh, ja. Das geht nicht. Äh, ich muss mir irgendwie eine Brücke da drüber bauen. Vermutlich. Ladedaten. Unser ständiger Begleiter. Mr. Ladedaten. Okay. Die werden helfen. Inwiefern auch immer. Ah, da ist ja so ein Ding. Ach, ja. Hier geht's ja auch durch. Hö, hö. Verarscht. Können in beide Richtungen gehen. Dann möchte ich aber erst da lang. Ich glaube, das ist klüger. Oder erst andere Richtungen. Hm. Ein, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden. Äh. Na komm, gehen wir direkt hier lang. Drauf geschissen. Schissen, listen. Hä, hä, hä. Wollte da mich kriegen, ne? Aber nicht mit mir. Ich krieg euch. Boah, oh, was ne Munitionsverschwingung. Strom aus. Oh, Gordon. It's me. Wenn ich wusste, es war du, dann würde ich dich in lassen. Ich will dich in lassen. Follow me. If we stay put, someone is bound to rescue us. Right? Okay, haben wir's geschafft. Haben wir's geschafft. Hä? Ja, du jetzt auch noch, Catcrap. Alter, ey, ich verschwende ihr Muni. Gibt's doch gar nicht. Okay. Mit der Brechstange geht alles besser. Captain Brechstange. Dein Freund und Helfer. Äh. Hier können wir auch lang. Ist aber wieder so ne Einlage. Haben wir schon? Versuch ich's? Ich versuch's.